Wer hat eigentlich dieses Intro getextet? Ein Mensch oder eine KI? Spoiler, wir lassen hier natürlich an keiner Stelle künstliche Intelligenz im Texte schreiben. Aber wenn doch, wäre das wahrscheinlich auch schwer zu erkennen. Denn die KI hat gelernt, ihre Spuren zu verwischen. Können wir trotzdem noch enttarnen, ob ein Mensch oder eine Maschine hinter einem Text steckt? Darum geht es heute bei 11KM. BR-Tech-Journalist Gregor Schmalzried erzählt uns von Mustern, die Maschinen verraten und Beweisen, die wir zukünftig vielleicht über unser Menschsein liefern müssen. Hallo Gregor. Hi, schön hier zu sein. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 9. Oktober. Es gab einen Masterbewerber an der Technischen Universität München, also der TUM. Und der hatte schon einen Bachelorabschluss, wollte sich für ein Masterprogramm bewerben. Und als Teil dieser Bewerbung musste man ein Essay abgeben. So einen kleinen Aufsatz. Ein Jahr vorher ist er abgelehnt worden, hat dann es in der nächsten Runde nochmal probiert und wurde wieder abgelehnt. Aber diesmal mit einem anderen Argument. Es ging nämlich diesmal nicht darum, dass der Text vielleicht einfach nicht gut genug war oder Thema verfehlt oder was auch immer. Nein, sie haben gesagt, dieser Text, den können sie nicht geschrieben haben. Also er, der Bachelorabsolvent, der Masterbewerber, könne quasi unmöglich selber verantwortlich sein für diesen Text. Der muss aus einer KI kommen. Bisschen wie so ein Plagiatskandal, aber halt mit einem KI-generierten Text, wie von ChatGPT. Also er hat den Masterplatz nicht bekommen. Ja. Wie sind die da drauf gekommen von der Technischen Uni München? Ja, das ist ziemlich interessant. Also sie meinen, sie wären erstmal darauf aufmerksam geworden, weil so eine Software da so ein bisschen Alarm geschlagen hätte. Und dann haben sie sich das mal angeschaut, mit menschlichem Urteilsvermögen sozusagen. Und die Prüfer, die haben gesagt, naja, dieser Text ist wie kein anderer Text, den wir sonst bekommen. Also zum Beispiel sei er in geschliffenem Englisch und frei von Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehlern. Oder im Vergleich zu den Essays nahezu sämtlicher weiterer Bewerber sei die Arbeit des Antragstellers deutlich kürzer, enthalte jedoch alle relevanten Aspekte. Und ganz am Ende ist noch dieser sehr schöne Nebensatz, was nicht den bisherigen Erfahrungen der Prüfer entspreche. Also was wir hier erleben ist letztlich, dass die sagen, also dieser Text hat die Aufgabe vollständig erfüllt. Er ist fehlerfrei, nirgendwo was schiefgegangen. Die anderen Bewerber reden alle ewig in einem heißen Brei rum oder schwafeln irgendwie. Das macht er alles nicht. Das heißt, das muss eine KI gewesen sein. Der ist zu gut, um von einem Menschen zu kommen. Das ist ja irgendwie crazy. Es ist wirklich abgelehnt wegen zu gut. Ich meine, vielleicht kann er ja auch einfach gut schreiben, der Student. Gibt es denn nicht eine Probe von anderen Texten dann von ihm, um das zu vergleichen, wie er sonst schreibt? Er hat sich ja schon mal beworben. Genau das war wohl auch ein wichtiger Faktor dann, weil er vor einem Jahr halt noch ziemlich anders klang. Also als er sich ein Jahr vorher beworben hatte, da wäre sein Text noch stilistisch auch deutlich anders ausgefallen als das, was er in diesem Jahr eingereicht hat. Naja, es könnte ja aber auch sein, dass der Student sich in diesem Jahr einfach deutlich verbessert hat. Oder jemand könnte Korrektur gelesen haben und hat dann gesagt, schreibt mal nicht so Schachtelsätze und setzt mal die Kommata richtig. Also wer ist denn in dem Fall in der Pflicht nachzuweisen, wie der Text entstanden ist? Die Uni oder der Bewerber selbst? In dem Fall war es tatsächlich so, dass der Bewerber als Teil der Bewerbung so ein Häkchen setzen musste von, ich habe keine KI eingesetzt beim Schreiben dieses Textes. Das war wohl auch ein sehr wichtiger Faktor dann, als das Ganze vor Gericht gegangen ist. Und dann musste er sozusagen nachweisen, dass es realistisch ist, dass er auch ohne eine KI oder auch ohne die Hilfe von außerhalb sich so stark verbessern konnte über ein Jahr. Und da waren die Prüfer eben anderer Meinung als er. Der meinte, das hat er selber geschrieben und das sei alles rechtens und deswegen hat er auch geklagt. Und das Ganze ist dann in einem Eilverfahren vor Gericht gelandet. Also Universitäten sind inzwischen sehr strikt in Sachen KI. Die entwickelt sich ja rasant weiter. Wie weit ist denn künstliche Intelligenz mittlerweile, wenn es um wissenschaftliche Texte geht? Das Problem liegt quasi bei dem Wissenschaftsteil. Also KI kann keine neuen Erkenntnisse herausholen aus der Gesamtheit der Forschung oder so. Das geht nicht. Aber was sie tun kann, ist, ich sag mal, einen Text schreiben, der verblüffend genau aussieht wie ein richtiger Text, wie ein Text, der das tut. Oder ich sag mal einfach die Ergebnisse von anderen Studien so ein bisschen zusammenschmeißt in einem neuen Text, das neu ausformuliert und dann rausgibt. Das ist mittlerweile, muss man wirklich sagen, von der Qualität her eigentlich nicht mehr zu unterscheiden von dem, was ein Mensch liefern könnte mit der gleichen Aufgabe. Ja, aber die KI macht eben keine eigene wissenschaftliche Arbeit. Da gab es ja einige Fälle schon, wo eine KI dann einen Text erstellt hat, der so aussieht wie eine wissenschaftliche Arbeit, Fußnoten inklusive. Aber die Fußnoten sind einfach Quatsch. Also die Quellen und Bücher, die gibt es überhaupt nicht. Also das klassische Problem, dass sich irgendwie ein Paper ausgedacht wird oder ein Buch, das war ein Problem, taucht auch immer noch ab und zu auf, weil diese Programme nicht 100% fehlerfrei funktionieren. Aber es taucht immer seltener auf. Und wenn ich jetzt heute zum Beispiel zu einem Thema ein Essay schreiben lassen möchte, zu dem sehr viele Daten im Internet sind, vielleicht auch Daten, die schon ein paar Jahre älter sind, sodass die in den Trainingsdaten auch wirklich ausreichend auftauchen, dann sind die Ergebnisse ehrlich gesagt ziemlich gut. Also dann sind das wirklich solide Zusammenfassungen von dem aktuellen Wissensstand und das ist auch der Grund, warum das sehr viele Menschen auch wirklich als Recherchetool benutzen. Und ja, diese Fehler treten auf, aber wenn man so ein bisschen weiß, wonach man Ausschau halten muss, dann spielen die eigentlich keine Rolle im Alltag. Also das heißt, auch da wird es immer schwieriger, Texte von künstlicher Intelligenz zu unterscheiden von Texten, die ein echter Mensch geschrieben hat. Absolut. Schauen wir uns mal an, wie sich KI überhaupt noch enttarnen lässt. Lass uns nochmal kurz zum Anfang zurückkommen. Ihr habt ja anscheinend eine Software den Anstoß gegeben und die hat gesagt, dieser Text ist, Zitat, mit hoher Wahrscheinlichkeit KI generiert. Das ist ja ein bisschen vage, oder? Was heißt das mit hoher Wahrscheinlichkeit? Ja, diese Software hat nicht gesagt, wir wissen das auf jeden Fall. Das ist wohl auch der Grund, warum das Ganze, als es dann vor Gericht ging, vor allem auf den Schultern der menschlichen Prüfer lag und nicht unbedingt darauf, dass jetzt hier die Software unbedingt fehlerfrei sein muss. Und diese Unsicherheit, die greift natürlich um sich. Also wir haben jetzt über Uni gesprochen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Arbeitgeber bin, der ein Bewerbungsschreiben bekommt, dann möchte ich vielleicht auch wissen, ist das menschlich oder nicht. Oder wenn jemand eine Rezension liest im Internet zu einem Produkt, ist das jetzt von einem Bot oder nicht? Ist die Person, die mir auf meiner Dating-App schreibt, ein Bot oder nicht? All diese Fragen stellen sich ja jetzt auf einmal im Alltag. Und deswegen gibt es jetzt immer mehr KI-Programme, Tools, die so ein bisschen versprechen, dass sie da Abhilfe schaffen. Die versprechen, hey, ihr macht euch Sorgen darüber, was noch echt ist und was nicht. Wir helfen euch dabei, fügt einfach den Text ein und wir sagen dir die Wahrheit. Und wie gut können die das jetzt? Also wenn es für uns Menschen so schwierig wird, naheliegender Punkt, KI ist vielleicht schlauer, wie gut erkennt KI andere KI? Das habe ich mal ausprobiert. Ich habe dafür mal angefangen mit einem ganz normalen KI-generierten Text, so normalen Anführungszeichen. Und ich wollte so ein bisschen im Bewerbungskontext bleiben. Also habe ich mal einer KI gesagt, schreibe mal ein Bewerbungsschreiben für einen Koch in fünf Absätzen. Und dann schreibt die KI sowas wie, sehr geehrte Damen und Herren, mit großem Interesse habe ich ihre Stellenbeschreibung für einen Koch in ihrem renommierten Restaurant gesehen. Als leidenschaftlicher und erfahrener Koch möchte ich mich hiermit um diese Position bewerben. Klingt erstmal völlig so unschuldig, klingt aber auch jetzt nicht wahnsinnig menschlich. Nee, findest du nicht? Es klingt okay. Es klingt tatsächlich in dem Fall vor allem okay, weil Texte dieser Art ja wirklich meistens genauso formelhaft geschrieben werden sollen. Also man bringt ja Leuten da gerne mal bei, zu schreiben wie ein Roboter. Aber wenn man diesen Text dann weiterverfolgt, dann gibt es da schon so ein paar kleine Hinweise. Also zum Beispiel, diese KIs tauchen immer ein in irgendwas. Die lieben es darüber zu schreiben, dass sie in irgendwas eintauchen. Und in dem Fall sagt es auch, ich freue mich schon darauf einzutauchen in die Küche von so und so. Und da gibt es so ein paar kleine Hinweise. Und wenn man all das zusammenschmeißt, dann entstehen da auch gewisse Muster, die einem KI-generierten Text, sag ich mal, häufiger auftreten als in einem menschengeschriebenen Text. Und all diese Informationen können zusammengeschmissen werden in eine Zahl. Und diese Zahl sagt dann in dem Fall zum Beispiel, hey, dieser Text ist höchstwahrscheinlich KI-generiert. Ich habe den Text, den ich dir gerade angefangen habe vorzulesen, der geht noch ein bisschen länger. Ich wollte da wirklich ein bisschen Material mit haben. Den habe ich in ein paar der gängigsten Tools eingefügt. Die heißen zum Beispiel Zero-GPT oder Genias, das ist so ein neues deutsches Startup, was das macht, oder Scribber. Und die haben eigentlich alle gesagt, ja, das ist wahrscheinlich KI. Das zeigt, okay, es gibt Bereiche, da funktioniert das schon mal ganz gut. Sie haben aber nicht gesagt, wir wissen auf jeden Fall, dass es KI ist. Und auch diese Modelle haben Fehlerquoten. Also die geben Fehlerquoten an mit so 5 bis 15 Prozent, je nachdem, mit wem man da spricht und je nachdem, in welche Richtung. Es kann einmal passieren, dass ein KI-generierter Text irgendwie einem durch die Lappen geht. Es kann aber auch das Gegenteil passieren, dass ein Mensch einen Text schreibt und die KI sagt, ah, das ist wahrscheinlich von einer KI geschrieben. Und das ist vor allem deswegen so brisant, weil das statistisch gesehen häufiger auftritt bei Texten von Nicht-Muttersprachlern. Also dann hat man zum Beispiel so einen Fall, dass sich vielleicht jemand, der sich wirklich Mühe gibt und vielleicht nicht ganz so behende ist in der Sprache, in der er schreibt, sein Essay verfasst und dann wird ihm auch noch von einer KI unterstellt, er sei selber eine KI. Das muss natürlich schon ein bisschen wehtun. Wow, und vor allen Dingen öffnet es ja echt Tür und Tor für Diskriminierungserfahrungen. Also wenn jetzt das immer so ist, dass eine Software zum Beispiel über Bewerbungsschreiben oder so Bewerbung an der Uni, so ein Essay drüber schaut, dann könnte jetzt jemand nicht nur schlechter bewertet werden, weil es nicht so schön klingt, sondern der könnte echte Probleme bekommen und abgelehnt werden, weil ihm unterstellt wird, er hat es gar nicht gemacht, dabei hat er sich richtig bemüht, das ist ja furchtbar. Auf einmal muss man beweisen, dass man kein Roboter ist. Also wenn man beweisen muss, dass kein Roboter den Text geschrieben hat, gibt es denn noch andere Hinweise, an denen man erkennen kann, dass eine künstliche Intelligenz hinter einem Text steckt? Ja, ja, also die haben auch oft so einen gewissen Nominalstil, also so große Wörter, auch so manche so schwaflige Begriffe tauchen da auch gerne mal auf. Und wenn man die KI zum Beispiel bittet, so einen kreativen Text zu schreiben, also schreibt mir mal so einen Text, der ein Buch bewirbt oder so, also irgendwann bekommt man, je mehr dieser Texte man irgendwie sieht, desto eher bekommt man einigermaßen ein Gefühl dafür, ach ja, nee, das ist wahrscheinlich schon aus der KI. Wenn so ein Text zum Beispiel anfängt mit, tauchen Sie ein in die grandiose Unterwasserwelt von Käpt'n Nemo, dann wird man gesagt, ach okay, nee, okay, da steckt kein Mensch dahinter. Ah, okay. An dieser Stelle übrigens kleiner Hinweis, auch wenn wir mit euch immer gerne abtauchen in Themen bei 11KM, ich schwöre es, ich habe es selbst gesagt, es war keine KI. Ich habe auch neulich mal eine Amazon-Rezension gesehen, die habe ich mir dann abfotografiert, das war von der Tastatur. Und da ist zum Beispiel der Satz drin, die Tastatur verfügt über eine robuste Konstruktion aus Aluminiumlegierung und eine robuste abnehmbare USB-C-Verbindung, die eine einfache Installation und Portabilität ermöglicht. Das ist so ein Satz, der stammt wahrscheinlich von einer KI. Sicher weiß ich es, aber eigentlich nicht. In dem Fall tatsächlich doch, weil der erste Satz dieser Rezension war, als KI-Modell habe ich keine Hände, um physisch eine Tastatur zu benutzen. Das bedeutet, jemand hat einfach Chatschipiti gesagt, mach mir mal eine Rezension für diese Tastatur. Und die KI hat gesagt, ich habe keine Hände, aber so ungefähr würde die aussehen. Und die Person, die das rüber kopiert hat, war so faul, dass sie nicht mal diesen Satz entfernt hat. Aber trotzdem, hier steht, drei Personen fanden diese Information hilfreich. Also irgendwen bringt es weiter. Also das heißt, man merkt das am Schreibstil. Das ist ja auch genau das, was die Prüfer in dem Fall an der TU München meinten. Die meinten, wir erkennen einfach diesen Stil. Dieser Stil ist kein menschlicher Stil, das ist ein KI-Stil. Dieser Stil ist aber nichts, was, sage ich jetzt mal, gottgegeben drin steckt in dieser Maschine. Also, dass alle KIs immer eintauchen, dass alle KIs immer große Wörter wie Portabilität benutzen, statt zu sagen, ich kann die Tastatur gut mitnehmen oder so. Also, das ist jetzt gerade ein bisschen so. Aber zum Beispiel ist vor ein paar Wochen ein neues KI-Modell auf den Markt gekommen. Das heißt, Claude 3.5. Das ist so ein Chat-GPT-Konkurrent. Aber der ist vom Sprachlichen her schon noch mal ganz anders. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Bewerbungsschreiben für den Koch nehme, was wir ja vorhin hatten, was so sehr normal anfing und dann meine Stärken liegen, besonders in der kreativen Zubereitung von saisonalen und regionalen Gerichten steht dann drin und so Zeug. Wenn ich jetzt Claude sage, schreibe diesen Text mal neu, aber schreibe ihn in sehr natürlicher Sprache, füge Unregelmäßigkeiten und Fehler mit ein, schreibe in einem Stil, in dem du normalerweise nicht schreiben würdest und sei so menschlich wie möglich, dann klingt der Text auf einmal so. Hey Leute vom Restaurant. Ich habe ihm nicht gesagt, welches Restaurant, deswegen muss er das so neutral machen. Ich habe gehört, ihr sucht einen Koch. Das trifft sich ja super. Ich bin der Max. Ich koche für mein Leben gern. Ehrlich gesagt bin ich manchmal ein bisschen chaotisch in der Küche, aber das Ergebnis stimmt immer. Und da fehlt dann zum Beispiel auch ein Komma. Also nach diesem ehrlich gesagt ist kein Komma drin und so. Und ganz unten ist dann die Verabschiedung. Meldet euch einfach, wie es euch passt. Bis denne Max. PS. Sorry für eventuelle Tippfehler. Habt das auf dem Handy getippt. Das schreibt die KI. Bis denne ist wirklich eine Grußform, wenn die unter keine Bewerbung gehört. Das heißt, man muss der KI nur sagen und PS, schreib es bitte wie ein Mensch. Genau. Et voilà, sie schreibt da wie ein Mensch. Also nur wie ein Mensch würde wahrscheinlich nicht genügen. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um so diesen Prompt so auszuarbeiten, der dann dazu geführt hat, dass dieser Stil am Ende rauskam. Ein Prompt, das ist ja die Anweisung, die man der KI gibt. Und wenn ich dann diesen Brief, den ich gerade so ein bisschen vorgelesen habe, wenn ich den dann eingegeben habe in Janias und Scribber und all diese Tools, dann checken die das überhaupt nicht mehr. Dann denken die, das wäre ein Mensch, weil auf einmal die KI halt wieder ein Schritt voraus ist. Und da sehen wir das zentrale Problem von diesen Tools, weil das wird immer ein Wettrennen sein. Also je besser die KI wird, desto eher versuchen die KI-Detektive dem so hinterherzulaufen. Aber man hat nie diese Sicherheit. Und sobald man weiß, ach so, ich kann das Tool einfach austricksen, indem ich ab und zu mal ein Komma lösche oder einen leicht anderen Stil raushole. Oder es gibt sogar Online-Tools, die das so ein bisschen automatisieren, wenn die quasi so eine Gegen-KI sind, die sich dann nicht mehr erkennen lassen soll, dann hat der Detektor keine Chance mehr. Also, was würdest du jetzt sagen? Ist es möglich, KI sicher zu entlarven? Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass das möglich ist. Also selbst wenn es vielleicht einzelne Fälle gibt, wo man das mit einer gewissen Sicherheit irgendwie sagen können möchte, es kann gut sein, dass dieser Tumfall zum Beispiel wirklich sehr eindeutig war. Ich habe jetzt diese Essays nicht gesehen. Wenn das erste Essay von dem Bewerber wirklich so vollkommen anders war als das zweite und dieser Text wirklich voll war mit Formulierungen, die ausschließlich in der KI auftreten, okay, dann kann ich die Entscheidung vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber das bringt uns auf lange Sicht, glaube ich, nicht weiter. Also auf lange Sicht kommt dann halt das nächste Tool um die Ecke, was diese Macken nicht mehr hat. Oder man lernt einfach dazu, dass man diese Macken irgendwie händisch rausholt aus der Maschine und wir stehen wieder am Anfang. Also, dass wir jetzt sagen, wir verbieten einfach weiterhin überall den KI-Einsatz und im Zweifelsfall hoffen wir einfach drauf, dass unsere menschlichen Prüfer das schon erkennen. Ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Die TU München bleibt ja trotzdem dabei, dass im Falle dieses Bewerbungs-Essays KI verwendet wurde. Der Bewerber streitet das ab. Es steht also Aussage gegen Aussage. Wie ist der Fall ausgegangen? Das Bayerische Verwaltungsgericht hat in dem Fall entschieden, die TUM durfte den ablehnen und das war in Ordnung. Und die Prüfer haben das einigermaßen schlüssig dargelegt und der Bewerber war nicht schlüssig in seiner Argumentation. Also in dem Fall, muss man dazu sagen, es ging in dem Fall jetzt ja wirklich um die menschliche Einschätzung, nicht um die der Software. Da hat sozusagen der Bewerber verloren und konnte sozusagen nicht beweisen, dass er keine KI eingesetzt hat in dem Fall. Also die Uni hat Recht bekommen, sie darf einen Bewerber ablehnen, weil sie vermuten, dass er KI benutzt hat. Juristisch ist der Beweis sozusagen jetzt erbracht vor Gericht worden, aber es ist zum Beispiel nicht wie bei einem Plagiatskandal, wo ich ganz klar sagen kann, hier ist der Text, hier ist der originale Text, gleiche Formulierung, fertig, Case closed. So ist es hier nicht. Hier ist es alles per Definition deutlich schwammiger. Wenn wir uns jetzt überlegen, das könnte ein Präzedenzfall werden, an dem man sich orientieren kann, dann frage ich mich schon, was bedeutet das denn jetzt für uns? Ja, die einfache Variante ist es, man muss halt ein paar Kommas löschen und ab und zu mal falsches Englisch benutzen und vielleicht ein bisschen mehr um den heißen Brei rumreden, dann fällt das alles gar nicht mehr auf. Also wir haben gehört, die Tools lassen sich täuschen und in dem Moment, in dem so ein Tool getäuscht wird, wird ein Mensch wahrscheinlich auch getäuscht, ja. Also so aus Bewerbersicht, der Lust hat da einfach mal zu gucken, wie weit kommt er damit, würde ich sagen, gut, es gibt Optionen. Man muss einfach so ein bisschen anders klingen, als man das normalerweise tun würde. Das würde ja bedeuten, dass in Zukunft wir uns selbst als Gesellschaft dazu bringen, schlechtere Texte zu verfassen, um nicht unter den Verdacht zu kommen, dass er nicht von uns ist. Deswegen glaube ich auch, dass das nicht lange Bestand haben kann, dass wir so damit umgehen. Ich glaube, da wird sich sehr viel ändern in der akademischen Welt, vielleicht auch ein bisschen in der Art und Weise, wie wir einfach Prüfungen absolvieren, sowohl in der Uni als auch in der Schule. Und ich habe zu dem Thema mit Professor Till Krause gesprochen. Der ist Professor für Medien und Kommunikation an der Hochschule Landshut. hat seinen Blick immer sehr genau auf dem, was die KI gerade so kann. Und ich habe ihn mal gefragt, wie geht er denn damit um? Also verbietet er seinen Studis einfach die KI? Also ich versuche, denen beizubringen, KI letztlich so zu benutzen, wenn es um Prüfungen geht, wie eine wissenschaftliche Quelle. Also Sie dürfen das benutzen, aber Sie müssen das eindeutig sagen, wenn Sie es benutzen. Und zwar habe ich mit den Studierenden ausgemacht, die müssen nicht nur sagen, mit so einem kleinen Sternchen, erzeugt mithilfe von KI, sondern dass Sie mir genau sagen müssen, mit welchem KI-Modell, zu welcher Zeit und auch mit welchem Prompt, was erstellt wurde. Erinnert so ein bisschen ans Thema Zitieren. Also man darf fremdes, geistiges Eigentum benutzen. Man muss es nur ordentlich zitieren und die Quelle angeben. Das heißt, er findet, man sollte das einfach so mit einbinden, die KI. Aber die meisten Unis machen es ja nicht so. Also die meisten Unis verbieten einfach den Einsatz von KI. Und er glaubt, dass das vielleicht nicht mehr lang so bleiben kann, weil die Alternativen einfach einem gerade das Scheuntor einrennen und sich nicht wieder in die Flucht schlagen lassen. Deswegen ist die nächste Frage, okay, wenn wir KI erlauben, weil es früher oder später wird das, glaube ich, auch passieren, was müssen wir ändern? Was funktioniert jetzt gerade? Was hat die letzten Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte funktioniert im akademischen Betrieb, was jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert? Ich glaube, ein anderer Punkt geht auf jeden Fall dahin, Menschen einfach wieder mehr mündlich zu prüfen. Also, dass man Menschen tatsächlich fragt, mit ihnen spricht über das Thema. In mündlichen Prüfungen, die natürlich häufig mehr Aufwand sind für alle Beteiligten. Aber ich glaube, es ist keine schlechte Idee, weil man schon merkt, da kommen die Leute natürlich total ins Strugglen, wenn die sich überhaupt nicht vorbereitet haben, sondern einfach nur irgendwelche KI-generierten Sätze zusammen gepastet haben. Wenn man sie dann dazu befragt, warum ist denn das so? Da habe ich das Gefühl, kommt eine KI im Moment zumindest noch nicht so weit, wie jemand, der sich diese Gedanken selber macht. Weil man schon, glaube ich, merkt, ob Sprache synthetisch ist oder nicht, ist wahrscheinlich immer schwerer festzustellen. Aber ob Gedanken und Begründungen synthetisch sind, finde ich, merkt man im Moment noch eher. Wenn wir das alles anpassen würden, dann müssten wir quasi unser ganzes akademisches Prüfungssystem umschmeißen. Denn das basiert ganz zentral auf Abschlussarbeiten. Auf Bachelorabschlussarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten. Wenn das jetzt alles die KI schreiben kann, müssen wir das alles abschaffen? Ja, es kann gut sein, dass wir da gerade den Anfang von erleben. Mit künstlicher Intelligenz kennt sich Hirsi Nilica von der Prager Wirtschaftsuniversität aus. Der Dekan der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre nutzt JetGPT, um seine Texte sprachlich zu verbessern oder um Fallstudien für Prüfungen schreiben zu lassen. KI sei längst an den Hochschulen angekommen, meint der Professor, auch in Abschlussarbeiten. Wir fangen jetzt mal ganz klein an. Das ist der BWL-Studiengang an der Wirtschaftsuni in Prag. Aber die haben jetzt angekündigt, dass sie die Bachelorarbeit abschaffen werden, zumindest in dieser Form. Der neue BWL-Jahrgang ab Herbst 2024 wird also keine klassische Arbeit von 50 bis 60 Seiten mehr schreiben oder von einer KI schreiben lassen, was oft nicht zu erkennen sei. Die werden in Zukunft andere Prüfungsformen anwenden, weil sie sagen, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und die machen das dezidiert wegen KI? Ja, exakt aus diesem Grund. Und Großentwicklungen dieser Art, die beginnen immer so. Also irgendwer muss immer den ersten Schritt machen und sagen, hey, ich fange jetzt mal damit an, das zu tun. Und die ersten Schritte, die sind schon gemacht. Mithilfe künstlicher Intelligenz durch die Abiturprüfung, das haben offenbar einige Hamburger Schülerinnen und Schüler versucht. Nach Informationen des NDR wurden sie erwischt, als sie unerlaubt das Programm Chat-GPT benutzten. Außerdem gäbe es noch einige Verdachtsfälle. In Unis, in Hochschulen, auch in weiterführenden Schulen, weil Land auf, Land ab Lehrer und Lehrerinnen gerade bemerken, dass einfach Sachen, die jahrelang funktioniert haben, nicht mehr funktionieren. Und da gibt es jede Menge, die tatsächlich merken, Uff, okay, ich mache jetzt mal Sachen anders. Ich frage Wissen anders ab. Und wenn die Kids KI nutzen, um vielleicht auch Dinge zu lernen, auf die sie vorher nie gekommen wären, weil das ist natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt, KI bietet ja so großartige Möglichkeiten, schlauer zu werden, sich fortzubilden, auf neue Dinge zu kommen, vielleicht auch Verbindungen herzustellen, die man vorher nicht hergestellt hat, dann ist das super. Und ich sollte die Schülerinnen und Studenten auch wirklich ermuntern, das zu tun. Aber ich kann sie halt nicht mehr so abfragen wie früher. Da brauche ich jetzt was Neues. Und was wäre das dann, was Neues? Ich glaube, KI zeigt uns ganz viel über uns selbst. Und es zeigt uns, dass vieles von dem, was wir dachten, was typisch menschlich ist, vielleicht gar nicht typisch menschlich ist. Also der Grund, warum man eine Doktorarbeit schreibt, ist ja nicht unbedingt der, dass die Form einer Doktorarbeit tatsächlich der Menschheit so wahnsinnig viel Gutes tut. Also da gibt es auch in der akademischen Welt eine Menge Leute, die sagen, also ich habe da tolle Forschung gemacht, aber die Arbeit zu schreiben, das hat wirklich niemandem was gebracht. Der Grund, warum große Teile von der akademischen Welt, von der Bildungswelt und so weiter halt so aussehen, wie sie aussehen, ist ja, weil es einfach schwer ist, eine Doktorarbeit zu schreiben. Es ist schwer, sich Dinge zu merken. Es ist schwer, ohne Taschenrechner mathematische Aufgaben zu lösen. All diese Dinge fallen Menschen nicht leicht und deswegen überprüfen wir sie. Aber wenn jetzt genau diese Dinge auf einmal die Dinge sind, die die KI halt wahnsinnig leicht hinbekommt, also wo wir auf einmal komplett abkacken im Vergleich mit der künstlichen Intelligenz, lohnt es sich dann noch, dass wir uns daran messen? Oder sollten wir nicht eher andere Möglichkeiten finden, menschliche Leistungen zu messen? Ich meine, es gibt ja auch Möglichkeiten, den Taschenrechner mit in die Matheaufgabe zu nehmen und trotzdem festzustellen, ob diese Person ein solider Mathematiker ist oder nicht. Das brauchen wir jetzt für KI. Gregor, vielen Dank dir. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Gregor Schmalzried beobachtet für den Bayerischen Rundfunk, wie sich künstliche Intelligenz entwickelt. Davon spricht er auch jeden Dienstag mit Marie Kilk und Fritz Espenlaub im KI-Podcast. Den findet ihr in unseren Shownotes und auch einige unserer bisherigen Folgen zu künstlicher Intelligenz und den Herausforderungen, vor die sie uns stellt. Folgenautor ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel, Marc Hoffmann und Jasmin Brock. Produktion Jacqueline Brettschek, Jonas Teichmann, Jürgen Kopp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kogmann. Wir hören uns. Tschüss. Untertitelung. BR24 S. 1 Aktuell. 2 2 0 3 0 0 1